Ok. Wollen wir mal gucken, ob wir diesmal den Schissen kriegen hier. Und Karan bist du mal zu C, zu E nehmen. Ich laufe. Die rennen bestimmt gleich alle zu B hin. Ja, die sind alle bei B schon. Ich bin bei C. Ich wurde schon beschossen, aus dem Fenster. Ab Ding. Ja. Ist richtig, Alter. Da denkst du, du gehst gemütlich durch die Gegend, steht da hinter dir einer und killt dich. Was ist denn das? Jetzt im Ernst, ich spawn und werd sofort erschossen. Alter, dann. Wer? Oder? Nee, der hat nicht an. Ich bin gespawnt und der war zufällig... 5-0 war ich schon. Oder 5-1. Das gibt es nicht. Oh. Assists. Ehen noch für mein Herrier. Wir müssen aber 10 mal einnehmen da. Oh mein Gott. Ich komm. Oh, lass mir hin. Ehen noch. Armageddon kann man nicht töten. Aufklärungsdrohne online. Geht doch, ey. Meine Gute. Achso. Oh, wieder down, ey. Geht. Harry ist da. Ey echt jetzt mit G18. Die kommen alle von mir, von mich aus. Ich muss mir verstecken. Einer von meiner Hübschrauber. Wir verlieren C! Ich seh auch keinen Gegner jetzt. Ah! Er hat jetzt weggesniperd von wo denn? Weg, 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 weg! Hinter mir! Wie ist das? Alter, mit der Schrotze! Können wir auch. Einer von Hübschrauber. Gibt's doch nicht, ey. Dummfotzen. Ich brauch ur noch einen Kunden. Einer von Hübschrauber. Fuckin Camper! Nein! Mann, ey! Scheiße Spaß hier! Es wird drastig aus hier. Der RPD ist mir scheiße. Ja, jetzt hier alle... Ja, Granate. Ich komm mich nicht bewegen wegen der Blendgranate. Ja, ich ohne. So. Toll. Der RPD ist am Start. Ja. Aufklärungsdrohne online. 10 wird gesichert. Was ist denn hier? Stülpt der nicht, ne? Sonne. Mein Harrier hat einen geholt. Die kommen, Chris. Die kommen. Ja, vierer. Ich muss nachladen. Ja, ich halte dort. Blindgranate, irgendwas. Hab zwei, hab drei. Noch einen Kill. Sorry. Mann. Sind sie geil jetzt. Wir dürfen auf jeden Fall nicht verlieren. Wir müssen die Punkte einnehmen jetzt. Mal schauen, ob sie gerettet. Oh, sehr schön. Ja, mit G-18er Kimbo. Oh, G-18er Kimbo, du Walder. Schwucht, gell. Ich muss nachladen. Ich konnte nicht schießen. Was ist das denn? Jetzt fangen sie an zu tuben. Das kann ich auch. Wenn ich den treffen würde. Nein, du scheiße Tüber, ey. Jetzt zeig ich dir nur was. Meine Position, da seid alle dran. Weg dahin, komm mal. Ey, die kannst du vergessen hier. So, die Tüber, entschuldigt mir jetzt. Alter, es gibt's doch nicht, wie fix sie sind, ne? Ja. Spawns und wirst rausgetubed, ey. Ich spawne nicht überhaupt. So, ihr Spassen, Alter. Mann, ey. Es kann doch nicht sein. Der Tüber, Bob, ey. Oh mein Gott, Alter. Wie viele Headshots machen, angeblich. Alter, das gibt es nicht. Ey, was seid ihr für Spass? Die Aktion schreit nur, Alter. Verpiss euch doch mal, ey. Verpiss euch doch mal, ey. Ey, es kann nicht sein. Wir können, ey. Nur mit Gerst noch rennen, Alter. Das gibt es nicht. Ohne Schmerzen. Ja, ist richtig. Meine Fresse, ey. Tube zurück. Trefft aber leider nix. Mann, das ist doch nicht normal, ey. Ey. Ey, sag mal. Sind die alle G-18 jetzt? Die können nicht. Das gibt's nicht, ey. Okay, jetzt reicht's. Nämlich meine M5K und meine Striker. Alter, wie ich nachladen muss andauernd, ey. Ich kotze gleich. 3.15. Ich bin in dem Spiel so scheiße. Wir verlieren, bravo. Ja. Ich glaub's auch. Ich glaub es auch. Achtung, feindliche Vorräte. Ist richtig. Ist richtig. Wir haben C verloren. Hm. Tidum fotzen, ey. Das kann aber nicht wahr sein. Das kann aber nicht wahr sein. Ach, die stehen da drüben, Alter. Ich sehe nur Kugeln. Stimmt. Alter, da stehen sie zu fünft, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, irgendwann muss ich den auch sterben. Das sind solche G18 Kiddies, alter. Hoppen, Harrier. Ach ja. Alter, ich spawne und werde geblendet, erschossen, alles mögliche. Es ist doch scheiße. Kriegt euch ja eh genug Clan. Hehe. Komm, Harrier. Jawoll, Harrier, los, komm weiter. Ja, Claymore, jawoll, komm, schnell weiter. Alter, ist lustig, dich spawne da. Jawoll, Heli-Schütze. Komm, bitte ordentlichen Spawn, alter. Das gibt es nicht, wie ich nur draufgehe. Keine Kills machen müssen. Crispy, Crispy, wo bist du? Enten im Spawn-Ball, ah. Okay, safe dich. Alter, wie ich nix reiße. Hä, Heli-Schütze fliegt scheiße. Position wechsel ich ja nicht. Abgeschossen. Dein Heli, äh. Achtung, feindliche Vorräte. Achtung, feindliche Vorräte. Der Feind blockiert unser Radar. Ach, hör doch mal auf, ey. Mann, ey, ist Kinder an meiner Seite, das scheiße ist doch. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Na, von hinten. Es läuft einfach nicht. Mann, rechts und links im Raum hier. Ah, hör doch mal auf jetzt, ey da. Kann doch nicht sein, na. Ey, will mich verkacken, der Volli? Aufklärungsdrohne online. So, Drohne ist da. Jo, Hex. Ich seh nix. Ey, der Sniper da einfach nur durch. Gibt's doch nix. Ja. Schießt mit seine Schrotze durch fünf Wände durch. Ne, schießt einfach durch die Wand. Auch cool. Wally kann das. Hex, hast ne Granate bei, ne? Und rüber. Ach, das ist einer von uns. Ey, der Sniper kannst du vergessen. Ja, nur am Sprain, Juhu. So, was, Alter. Ja, ist richtig. Alter, es läuft richtig lustig gerade. Richtig lustig. Wir führen aber gleich. Wir führen gleich. Wir dürfen wenig einnehmen. Ich hab 12,28. Ja, Juhu, Hex. Nein, Alter. Genau. Der Typ, nicht der Typ. Das kann nicht nur sein. Der, der, die, nicht der Typ. Mit Sniper 45 Kills. Ja. Gar nicht. Ja, der heißt ja nicht umsonst, Juhu, Hex. Jetzt komm raus. Ja. Okay. Trotzum reporting. Oh, ich hab die Ska H freigeschaltet. Richtig, richtig geil.